Meine Damen und Herren, wir haben bei uns zu Gast in der Handwerkskammer Koblenz, Doris Ahn, Mitglied des Landtages, Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur unseres Landes. Frau Ministerin, als wir hierher gingen, ging mir durch den Kopf, dass vor vielen Jahren in Rheinland-Pfalz schon einmal eine Kultusministerin gab, die großen Wert darauf legte, mit Frau Minister angesprochen zu werden. Ich glaube, Sie legen auch Frau Ministerin Wert. Was geht Ihnen im Kopf herum, wenn man das schaut, das sind ja Welten, die dazwischen liegen? Also das allerliebste ist mir Frau Ahn und ich komme damit eigentlich in der Regel ganz zurecht. Aber natürlich, ich war ja auch Frauenministerin, würde ich, wenn ich die Alternative nur hätte zwischen Frau Minister und Frau Ministerin, immer sehr viel lieber, dass Frau Ministerin haben. Ich finde, das hört sich einfach, ja, ich finde, das passt besser zu mir und das hat auch was damit zu tun, dass die Gesellschaft anerkennt, dass es zwischen eine Normalität ist, dass es Ministerinnen und Minister gibt. Ich habe die große Zuständigkeit Ihres Ministeriums vorlesen müssen. In meinem Alter vergisst man das eine oder andere schon mal. Werden Sie beneidet von Ihren Kolleginnen und Kollegen im Bundesgebiet, ob dieser großen Fülle Ihrer Funktion? Also ich bin sicherlich bundesweit sehr beneidet worden, als 2001 die Jugend und die Schule zusammengelegt worden sind, weil das tatsächlich etwas Neues war und das hieß damals, gerade aus den Motivationen der Ganztagsschulen heraus, Jugendhilfe, außerschulische Jugendarbeit und Schule näher zusammenzubringen. Und es hieß, die Kindertagesstätten endlich als gleichberechtigten Bestandteil des Bildungssystems zu sehen. Um diese Sache bin ich wirklich inhaltlich beneidet worden. Stichwort beneiden und Stichwort Vorlage Hauptschule. Werden Sie auch darum beneidet bundesweit? Ich glaube, dass wir ein gutes Konzept vorgelegt haben. Ich glaube, dass es auch bundesweit intensiv im Moment diskutiert wird und das ganz überwiegend mit einer positiven Rückmeldung. Aber es ist gleichwohl ein Konzept, das auch sehr stark die rheinland-pfälzische Struktur in den Blick nimmt und das war mir besonders wichtig. Wir sind ein Flächenland, darauf muss man Rücksicht nehmen. Wir haben im Land ein starkes Handwerk, wir haben eine starke mittelständische Struktur, darauf muss man Rücksicht nehmen. Man muss darauf Rücksicht nehmen, dass wir in bestimmten Bereichen nach wie vor Nachholbedarf haben, zum Beispiel bei der Fachhochschulreife, in anderen Bereichen besonders gut sind. Also für mich war nicht die Messlatte, ich will bundesweit Vorrohre machen, sondern für mich war die Messlatte ein gutes Konzept, das der rheinland-pfälzischen Struktur entspricht. Wenn ich mir das Konzept anschaue, das was vorliegt zumindest, haben wir dann jetzt ein zweigliedriges Schulsystem oder ist es doch irgendwie noch ein dreigliedriges Schulsystem? Wir haben ja gesagt, Zweigliedrigkeit mit Plus. Das kann ja alles heißen, gell? Ja, aber das Plus bezieht sich auf zwei Dinge. Erstens, dass wir keine starre Zweigliedrigkeit in dem Sinne haben, es gibt das Gymnasium und es gibt die Realschule oder kooperative Realschule, wie auch immer sie in anderen Ländern heißt, sondern dass es ganz wichtig ist, es gibt auch weiterhin die Option der integrierten Gesamtschule, denn nicht wenige Eltern wünschen längeres gemeinsames Lernen für ihre Schülerinnen und Schüler in der integrierten Gesamtschule. Aber das Plus bezieht sich natürlich auch darauf, dass wir sehr bewusst gesagt haben, man kann im Bereich der Realschule plus die Fachhochschulreife erwerben. Und in dieser Durchgängigkeit ist das etwas Neues. Und das ist ein echtes Plus. Ich denke im Übrigen auch für Sie ein sehr attraktives Plus. Ja, darüber wird man nachdenken müssen. Ich glaube, im Handwerk, ich habe nicht für andere zu sprechen, macht sich auch ein wenig die Erkenntnis breit, es ist gut, dass jetzt mal geklärt wird, wo es lang geht. Also an Schulversuchen und Schulmodellen in Rheinland-Pfalz, wenn ich die letzten 20 Jahre zurückschaue, hat es ja nicht gefehlt. Wo findet das Handwerk sich denn wieder in den neuen Schultypus, Realschultypus? Also erstens mal, natürlich bereiten wir weiterhin auf die Berufsreife vor oder wir haben sogar den abschlussbezogenen Bildungsgang Hauptschule ab Klassenstufe 7. Und das wird ein Platz sein, wo Berufsorientierung und Praxisorientierung eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das, was wir im Moment hervorragend erprobt haben in Trier und in Koblenz mit dem wöchentlichen Praxistag, soll gerade auch in diesem Modell flächendeckend in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, auch beim Handwerk ist es natürlich inzwischen so, dass viele Leute auch mit mittlerer Reife eingestellt werden, also mit dem Realschulabschluss. Insofern ist die Berufsorientierung natürlich bei Weitem nicht nur eine Angelegenheit des Hauptschulbildungsgangs, sondern gerade auch für das Handwerk wichtig, dass wir in den Realschulbildungsgang weit hineinkommen mit der Berufsorientierung. Ich glaube, dass wir dem Handwerk aber einen Gefallen tun, wenn wir es nicht begrenzen auf die Übergangssituation zum Physikprofessor. Sicherlich muss jeder Schmiedegeselle auch Physikprofessor werden können in einer modernen Gesellschaft. Und sicherlich ist es richtig, dass man für die schwierigen Personengruppen etwas tut, aber die klassisch psychomotorisch begabten jungen Leute müssen sich auch wiederfinden. Und ich hoffe, dass das bei diesem neuen Typus, den Sie vorgestellt haben, der Fall sein wird. Also die Berufsorientierung wird keinesfalls geschwächt, ganz im Gegenteil. Das Modell wird nur dann erfolgreich sein, wenn dieser Teil gestärkt wird. Und da gehören natürlich Arbeitslehre dazu, da gehört die frühe Berufsorientierung dazu, es gehört die erste Berufserfahrung dazu. Also das darf auf keinen Fall in dieser Schule zu kurz kommen. Aber ich sage nochmal, es ist auch wichtig für Schülerinnen und Schüler, dass ihr Weg nicht von vornherein festgelegt ist, sondern dass es immer wieder auch Durchlässigkeit, Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Und das, glaube ich, läuft bei der Realschule Plus besser. Frau Hahn, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank.